Das ist so ne Art Farb, ne? Du machst praktisch die Ausbildung, und wenn du die fertig hast, das ist die Aus-, ja. Was ist denn bei dir eigentlich, was für ein Hintergrund, wo ich mag? Wenn du redest, wirst du so n-, so n-, also nicht wie ein Bensi klar, aber wenn es dich laut hört, der die ganze Zeit, ähm... Och so, äh, das kann ich leicht erklären, das ist die Konsole. Die Konsole ist so laut? Was? Die erste Xbox, 360, ist so laut. Hat jemand den Arzt gerufen? Bring sie um, Eurofighter, ich will Eis! Komm schon! Dein Eis kann ich nicht schützen, Eurofighter, vereist dich! Ja, hab'se gekillt. Oh, 19.000, äh, ja, 19.000, mhm. 1900 gegen 19.000. 19.000 wär schön! Oh, das ist ja krass, ey. Das wäre richtig geil. Richtig geil? Oh, Eurofighter mit Tank. Und, wie viel ist der Fisch? Keine Ahnung, der Fisch regelt alles. How much is the Fisch? Ja. Hyper, hyper. Ach, Alter, ich fand den Tintaus miss. Scheiße. Ach, wer nennt sich denn auf Roller, ey? Wir haben keinen... Wir haben keinen kleinen Bär hier im Team, wir haben einen Riesenbär im Team. Alter, war der schlecht. In jeder Folge kommt ein Sarasa. Ey, in jeder Folge bis jetzt ein Overwatch kam ein Sarasa. Jedes Mal von mir. Nee, einfach von Eurofighter, der war nicht in der Aufnahme dabei. Was für eine Milch? Ey, das war auch schon mal ein Sarasa. Jetzt fand ich ja den Kommentar unter deinem... unter deinem Video. Ja. Also den Typen, welchen ich in WeLife sehe, den bring ich um. Warum denn? Keine Ahnung. Weil es ne Lüge ist. Bin ich so ein schlechter Mensch? Nein, du bist ein guter Mensch. Aber der Kommentarschreiber ist ein schlechter Mensch. Er hat keine Ahnung. Ja, der weiß halt nicht, was ich dich fertig mache hier im Overwatch. Oh, das hast du nicht gesagt. Jetzt kriegst du keine Heilung. Nee. Tschüss. Durch die Wand, du Hurensohn. Die Brieher ist zerstört. Hinter dir bricht nicht jemand deine Arbeit. Die Schlinge legt sich um seinen Hals. Oh, vier Tanks haben die. Passst du hinter uns ein bisschen auf? Ja, ich heide das Schwein. Ich sehe das ja, wenn die kommen. Merci. Das zufällige Schaf ist schon weg. Ähm, sie haben Rainer. Sie haben diese scheiß Tunte, die einen unsterblich macht. Ja, ich meinte... Ja, ich hasse sie. Ähm. Ähm. Ja, deswegen sage ich auch M. Aber schnell! Ich bin eingeschenkt! Ich bin hinter der Telefonzelle. Hat sie mich gerade umgefahren? Ich habe gar nicht gewusst, dass der Jump Schaden macht, wenn du zu jemandem die Schubdüsen hinfliegst. Das ist mir neu. Fuck, ich bin tot. Ich kann nicht heilen, wenn ich rechtzeitig ankomme. Ich bin tot. Ihr kommt hinten oben. Ich muss mich nicht mehr heilen. Ja, ich bin gleich da! Okay, das schaffe ich nicht mehr. Ach ne, ich bin ja auch tot. Ja, ich habe es aber fast geschafft! Ja, ich habe es aber fast geschafft! Ja, aber wir leben nicht wie in einer Versuch wieder. Da waren drei! Schafft sie vom Punkt weg! Nichts! Uuuh! Das ist jetzt nicht so, dass ich den Schlafschutz abbekomme! Ja, ich habe keinen Schutz oben gehabt. Ist ne... Da beschwer' ich bei Eurofighter, ich bin Mercy! Haben die hier keinen Check? Nein, ich meine ich hatte keinen Jena und ich hatte... Ey, wie viele Tanks haben die denn?! Ja, Weeper ist kein Tank. Ja, klar. Äh, Julio, Anna und Fire. Steht, legt er auf. Oh, du scheiß Schwein. Ey, ich bin bei der Ulti gestorben, ich bin bei der Ulti gestorben und die ist weg. Sie ist weg, weg. Nee, sie ist wieder da. Sie ist weg, weg. Oh, sie ist weg, weg. Weg wie ein Luftballon. Ja, sie ist weg. 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 Ich bin bei der Ulti gestorben. Und wir bleiben voll. Bleibt voll. Ich kann den Slider leider nicht. Ich bin mir selbst auf. Och nee, schon wieder unsterblich, ich seh man. Fickt euch. Ich kümmere nicht von dir. Zeit für den Leakbeat. Zum Notfall, ich hab ne Ulti. Und dann mal von vorne. Reinhard zu euren Diensten. Ja, Hanzu wär besser gewesen hier bei der Map. Auch mal hier. Ich komme. Alles gut gemacht. Zum Notfall kann ich dich heilen. hat jemand den arzt gerufen? nehm dir ich liebe dich mercy och ich hasse dich enna ja, ich hab ihn mercy ist einfach super dich heil reinhard, warte fast NUICH DEN SHILD WEG super mercy hat's gut gemacht ich kümere mich um ich auch und ich bin mercy was tut? wo bist du? hier bei jenina achso ah shankwet gute entscheidung ja du siehst es auch wenn jemand wenig leben hat ne? ja, aber wenn ganz viele da sind mein Plan aktiviert entschuldigung, Ulti ist noch nicht weit genug kein Problem das ist zu hart Ulti ist bereit schon seit 5 Minuten was bedeutet eigentlich dieses Brennen an meinem Bild? heißt das dass ich ein Ficker bin? was? ja du bist ein Ficker was für ein Ding an deinem Bild bei mir brennt doch mein Profilbild genau wie bei dir naja ich weiß nicht das ist irgendwas ich weiß es aber nicht du siehst es auch unten links in der Anzeige ich glaube was hören wir uns über die Effektivität scheiße ich bin tot ich bin tot boah 7 eliminierungen mit mercy 26 mit Estion ja das ist auch kein wunder aber mit mercy 7 zu machen? ja das ist echt gut wie viel hast du? ich hasse dich ich komm wieder so komisch runter ich war das jetzt bei euch auch so scheiße ich bin alleine ich muss mich heilen ich bin tot da kann ich ja nix tun da kann ich ja nix tun Achtung Rainer mercy hat sich geopfert yo unser Rainer ist gerade durch die Mitte durchgeflahen wie neu geboren bester Rainer ihre Motoren NEIN oh man sie zerstört immer den Reichen immer da wenn ich schon flicke sonst haben wir ja kacke wenn du fegst oder flicke? flicke ich hab echt ich hab echt ich hab nachgefragt weil ich was hat ihr denn flicke auch für den Sinn was soll hier was soll hier was soll hier ja murky hat sich richtig geopfert schaffen die nicht mehr ne verlängerung das schaffen wir hippe pura ja ich flicke dich ich flicke dich nicht gut was haben wir Anna und die Anna und die Anna nice team nice sehr 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 geil ja high five ey das wär cool wenn man hier noch so ein high five einbauen könnte am Ende wenn man an niemanden vorbeigeht ne hm ich glaub ich nehm nochmal mercy oder? nehm nochmal mercy ich hab nen roadblock zum plan ja ich geb feuerschutz das ist auch nicht warum ich mich immer so oft schreien muss abends weil du Brüder bist? ne hab ich mich wohlfühlen ähm soll ich doch hier ne ach so der eine hat vorhin geschrieben no bastion ihr wisst doch gar nicht was ich machen will ja aber ist das trotzdem meistens nicht so gut ja ich probier's eins zwei mal an dann wechsele ich ja eh ne man ja ne ja sorry mein englisch talent war nicht so gut Systemtates füricht alle werte im grünen beraten ich bin ein das hat mich auch geschrieben, ich muss nur das erst vergessen besser als was ich letzt mal bei wie hieß der ratter homefront geschrieben hab Was hast du denn geschrieben? Wer hat sich denn da schon selber getötet? Das mit hier... KILL DIUS SELF Wo ich SELF in Deutsch schreibe und den Rest in Englisch Mit KILL DICH SELBER What? Ich bin toll für Mercy Sizer Was ich mache Man, kannst du doch auch für deinen Stab überall reinzusehen? Ach so meine Güte Keine Sorge, Freunde! Ich bin euer Schild Alter, ne Falle! Feindliches Geschütz voraus Sie haben, ähm, wie heißt diese komische Frau nochmal mit den Geschützen? The Matcher Ja, sie soll ja gebufft werden, ne? Ja Na, sie soll ja überarbeiten Gut Sie hat zwei Tanks Ne Mercy Und Hanso Ich bin zurück und bereit für mehr Der eine ist jetzt nicht echt AFK, nur weil du Besten spielst, oder? Doch! Bastard, den bring ich um We haben einen Torbjörn Wir haben einen Torbjörn Wir jetzt auch Äh, Torbjörn lohnt sich beim Angriff noch weniger als der Besten Nein, den haben wir als Verteidiger, Torbjörn Ja, ich meine Kai beim Angriff Okay, nein Feindliches Geschützen Ja, wir müssen die Schlüsse wegmachen Was? Ich bin Tank Ja, ich meinte nicht die anderen Aber du bist der Tank, aber die anderen sind nicht nachgekommen Du bist Reini dann aber keiner mehr an Ja, ich bin gleich tot Ich spiel den Torbjörn Wir haben einen Teleporter Lokalieren ab dem Angriff Was habt ihr denn alle? Eines Verteidigerhelden Jungs Jetzt zeig ich euch wie's geht Es ist heiß, heiß Pfff 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 Wo sind die? Was ist denn nur das Problem? Weil du mit denen nichts reißt Die machen das halt zu schnell kaputt Aber wenn bei uns das ist, ne? Ist es immer okay Das Verteidiger ist vorwillen gut, aber nicht als Angreifer Oh Du bist, musst dich bewegen Ich brauch Heilung Ja, ich bin dabei Danke Ziel getroffen Alter, dieser Schwein Du musst aber auch sein hier Alter Oh, hier ist Midi-Pack Ich hab dich im Visier Die Barriere ist zerstört Bleib da Mir kommt keiner weg BAM Sie melden sich zurück Die Barriere wird noch ewig Leute, wir müssen rein, wir haben nur noch 1 Minute Ja, ich kann ja nicht alleine herein Noch 60 Sekunden Alter, das war aber gerade ein guter Durchschuss Und der Rest Okay Ich bin halt zu defensiv Ja, aber ich bin so oft schon drinnen gewesen Ja, ich bin schon Ja, ich bin schon ULTI Ja, ich bin halt tot jetzt Ich auch Ja, das Team ist zwar jetzt nicht gut Ich hätte D.Va nehmen sollen Ich hätte da schön reinsprinten können mit meiner ULTI und Karbumsgar Ich habe BOOMSgar Die Hand noch nicht nur Noch 10 Sekunden Ihr Händ voll Zeit nehmen Ab jetzt Nicht mei- was hat er gerade geschrien? Ich habe Warte mal Ich war doch der Einzige bis jetzt Und du, der die ULTI eingesetzt haben, ne? Und dann sollst du schlecht sein? Oh, du hast einen neuen Skin, ne? Mh Mh Schau mal, du warst die Einzigste, die drin war Ja Die Anderen, Mann, echt kacke Wir haben halt nicht gepusht Wir waren halt die ganze Zeit hinten Ja, ich war Wir haben halt nicht gepusht, wir waren viel zu defensiv Die haben halt alle Schüsse gehabt drauf zu denen, aber Ich kann halt als Highlight halt nicht reingehen Und Mark hat es richtig gemacht Mark ist immer reingegangen Ja Aber ihm ist keiner gefolgt, dadurch haben wir nicht Junge, hast du gesehen, was ich alles weggestoßen habe bei meinem eigenen Sprint da rein? Ja, das war immer gut rein, das war gut so Aber die sind halt nicht nah Wenn da einer wenigst als Schütze reingegangen wäre, ne? Die hätten so wenig Lehm Die hätten so wenig Lehm Ah, ich bin... Naja, das ist mein... Ich habe einfach ein Mercy Highlight Das will ich mir mal ansehen Das will ich mir mal ansehen Aber warum komme ich denn so in Mist, ey? Oh, ich habe auch ne Lootbox Äh, wir wollen gleich die Ja, ey, Tech Girl ist das Highlight, wie ich die geheilt hab Ja, jetzt kann ich mir endlich den teuren Skin kaufen Welchen denn? Von Farah, den äh, mit den... diesen ägyptischen Ich habe jetzt über 1000 Credits gesandelt Ah, du bist bei Lehmann Der sieht geil aus Welchen? Äh... welchen? Der Donnervogel, oder was? Donnervogel Okay Weil Mekar Queen finde ich irgendwie nicht so schön Ich finde von... Vedomelka Rose sieht sogar richtig schön aus, ne? Und Rosette Oh, warte, ich guck mal Vedomelka was? Rosé und Odette sehen geil aus Um, Rosette